Was ist übrigens die wogste Sendung im deutschen Fernsehen? Es ist, ich sag's Ihnen, die Sportschau. Hätte ich auch nicht gedacht. Die Sportschau ist sowas von aufgeklärt. Da werden sogar Frauen sichtbar gemacht, obwohl es die gar nicht gibt. Wie zum Beispiel beim Superbowl, bei dem ja nur Männer spielen. So, was die da machen, das ist aber sowas wie Gendern 2.80. Es kommt am Ende wahrscheinlich darauf an, wie fit die Teams sind. Es kämpfen einige Spielerinnen und Spieler mit Lädierungen, mit Verletzungen. Die war gut drauf. Die hat gedankt, die hat das Täubchen gemacht. Ich glaube, der ist gendern total egal. Es bleibt aber ein Streitthema, was selbst bei der Frauenwelt, in der Frauenwelt teilweise aufstößt. So zumindest gesehen bei WDR aktuell. Verheerend. Ich finde, das ist so dumm. Das ist so dumm eigentlich. Man verrenkt sich beider. Das hört sich ein bisschen an wie so ein Lied. Das ist so dumm, so dumm. Man muss schon sagen, wie sie darüber redet, das ist ja kein Gendern. Das finde ich, das ist einfach nur das. Wir kommen jetzt lieber zu den Problemen, die uns alle betreffen. Sie kennen das wahrscheinlich, ne? Du wachst morgens auf und dann hast du vergessen, dass du am Abend vorher für Tausende von Euro irgendeinen Schwachsinn gekauft hast. Kennen Sie doch. Kennen Sie nicht? Gut. Carmen Geiss. Die kennt das aber. Zeig mal, was ist da drin? Oh, ich habe eine Dartmaschine gekauft. Ich habe es vergessen. Da stehst du da. Ach nee, die Dartmaschine. Ich glaube, so hat sich Elon Musk gefühlt, nachdem er Twitter gekauft hat. Ah, Twitter, ich Arschloch. Ich glaube, den Geist, den kannst du alles nach Hause schicken. Ins Zweifelsag kamen, Latt, ach, ich habe eine Gorch-Fock gekauft. Nee. Bitte nicht falsch verstehen. Also nur, weil ich sage, den können Sie alles nach Hause schicken, jetzt nicht da alles hinschicken. Jedenfalls nicht, dass wir es gesagt hätten, dass Sie es tun sollten. Sie könnten es. Und Sie würde sagen, echt? Oh. Was ich aber cool finde bei Carmen, die Frau haut nicht nur Kohle raus, die kann auch selber anpacken. Die ist auf dem Boden geblieben. Robert, wie kriege ich das Ding in hoch? Ja, links. Links oder rechts? Ja. Dann ist rechts. Ja, für mich ist das links. Herr Günther, meine Lieblingsszene war, als Sie Robert gefragt haben, sag mal, wie kriege ich das Ding in hoch? Ja, das frage ich mich auch. Den Bagger hatte sie übrigens letzte Woche bestellt, hatte sie vergessen. So, aber es scheint so ein Ding zu sein. Also die Mädels bei den Geissens, die haben ein besonderes Interesse für besondere Fahrzeuge. Oh mein Gott. Ja, ich bin neue Generation. Ich fahre jetzt nicht mehr solche alten Kisten, sondern die neuen. Hier so ein Wasser-irgendetwas-Bus. Ein Wasser-Ankraft. Oder wie heißt es? Antrieb? Wie Drogen-Bus. Vollkommen richtig. Nein, nein, nein. Wir zählen das jetzt hier nicht ins Lächerliche. Liebe Kinder zu Hause, die Frage lautet, wie heißt das Antrieb? Und dann Hydrogen-Bus. Oder wie man in Frankfurt am Main sagt, Bus. Hydrogen-Bus. Wie schön. Vielleicht meinte sie auch den Hyaluron-Bus, weil den kennt sie ja von ihrer Mutter. Ich versuch's dir nur zu verstehen. Ich find's trotzdem schön, wenn reiche Menschen bodenständig bleiben. Genauso auch Chico. Kennt jemand Chico aus dem Ruhrgebiet? Yeah, Chico, der Lottomillionär. Zweimal, zweimal hat er gewonnen. Und der hat nie vergessen, wo er herkommt. Ich kann dir meine Gefühle gar nicht schreiben, ey. Wie oft war ich in diesem Knast, ey. Acht, neun Mal, rein, raus, ein, aus. Ja, rein, raus. Nie wieder. Nicht alle können an Chicos neuem Leben als Lottomillionär teilhaben. Jetzt gehen die paar Fenstern auch. Oh, Murat. Ah, Seval. Ja. Bist du wieder drin, ey? Sie müssen sich das einfach mal vorstellen. Er steht einfach so vorm Knast, pfeift, Fenster geht auf. Ey, Murat? Bist du wieder drin? Ja, Leute. Wer kennt das nicht? Einmal nicht aufgepasst, hast du entweder eine Dartmaschine zu Hause oder du sitzt wieder im Knast. Ja, Leute. Dann eine andere schöne Sendung, eigentlich eine meiner Lieblingssendungen, First Dates. Und es gibt ja auch First Dates Hotel, da wird ja nicht nur gegessen, sondern auch geurlaubt, geschwommen und sonst noch was. Und da sind sich die beiden Teilnehmer, Anja und Philipp, ich finde schon ein gutes Stück näher gekommen. Und ja, wir haben uns ein bisschen näher beschnuppert noch. Anja fühlt sich sehr gut an, wie ein schöner Delfin. Moment. Ich weiß jetzt nicht, wie so Ihre Erfahrungen mit Delfinen sind. Meine rangiert so bei null. Und ich habe mich gefragt, wie fühlt sich ein schöner Delfin an? Ich meine, woran denkt ihr dann? Wer hatte schon mal ein Delfin im Arm? Also wie fühlt sich ein Delfin an? Ist das wie so ein Luftballon mit Nivea-Creme? Eine feuchte Handtasche? Ein mit Lachs umwickeltes Bein? Wie fühlt sich ein Delfin an? Ich weiß, vor allem so fühlt sich ein schöner Delfin an. Wie fühlt sich ein hässlicher Delfin an? Kann man das spülen nach dem Motto, du bist ja ein hässlicher Delfin. Dann nehme ich lieber den schönen Delfin. Wussten Sie, Delfine haben eine Kuh von insgesamt zehn First Dates-Kandidaten. Ja, ist wissenschaftlich erwiesen. Kommt nicht von mir. Kommt nicht von mir. Ja. Und dann habe ich mir auch noch Sorgen gemacht in der letzten Woche. Ich habe mir Sorgen gemacht, weil es war in letzter Zeit etwas ruhig bei RTL-Exklusiv. Normalerweise haben die immer sehr schöne Pannen. Und kaum habe ich gedacht, haben die etwa ihre technischen Probleme im Griff, kam die beruhigende Nachricht, ne. Und gleich bei RTL-Aktuell. Da ist was. Ich habe hier leider. Und RTL-Exklusiv gibt es morgen wieder um 18.30 Uhr. Mal 4. Ich freue mich sehr. Schönen Abend. Tschüss. Macht mich fertig. Nee, nee, nee. Ich weiß nicht, wie sie hier, ich sage sie, das macht mich so fertig, weil man hängt so am Bildschirm, man möchte sie anschreien, was, was? Sie sagt, und gleich bei, was denn? Und dann rückt sie mit der Sprache nicht raus. Stattdessen Spannung pur, da fängt sie so an, da ist was. Was? Das ist der krasseste Cliffhanger, den ich hier im Fernsehen gesehen habe. Ist er ein Flitzer? Was geht da ab? Ich habe hier leider keine Lust. Was hast du, Mädchen? Sag was. Gib uns einen Tipp. So was macht mich fertig. Auch bei RTL, um einfach mal runter zu kommen, gehen wir rüber zu den Profis. Punkt 12. Da saß Katja Burkhardt. Schönen wir seinen Royaler hingucken, das ist ganz niedlich. Und sie hatte mit sich auf der Couch den Instagram-Experten Philipp Pauls. Und ich sage mal, ganz sanft durch die Blume, wenn man sich beim Zuhören eines Gesangs eine Darmspiegelung wünscht, dann war das nicht gut. Oh, atemlos, das können wir schon mal. Ähm, warte, das kann ich aber. Wir ziehen durch die Straßen und die Clubs dieser Stadt. Oh, ach so. Das ist unsere Nacht, die für uns beide gemacht. Oh, ah, da, ähm, ah, Zweite Zelle. Schließe meine Augen, lösche jedes Tabu. Küsse auf der Haut, so wie ein Liebes-Tattoo. und jetzt ruf Frau, Katja, komm, lass mich nicht hängen. Alles, was ich sehe, ist da groß, viele, 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 viele. Ich hab's verpackt. Hier, hier möchte ich den Musik-Experten fragen. Ganz ehrlich, hätte man noch was falscher machen können als die zwei? Das war perfekt falsch, oder? Da war nichts richtig. Nichts. Überhaupt nichts. Und dass ich mal denke, das hat Helene Fischer nicht verdient, hätte ich auch nicht gedacht. Gut, für DSDS, die Live-Shows reicht's, aber trotzdem, das müssen wir uns doch nicht anhören. Und was ich mich frage, was braucht man eigentlich, um Insta-Experte zu werden? Ist das eine 20-minütige Ausbildung? Was macht man da?